Und jetzt kommen wir zu einem Kritikpunkt einer neuen Generation von teilweise hervorragenden Köchen, dass einfach zu viel Detail auf dem Teller ist, zu viele Aromen, dass dem Sommelier häufig die Hände so weit gebunden sind, dass er dem... Also der Wein hat gar keine Chance mehr. Ich empfehle in diesen Fällen immer Gin Tonic zu trinken. Denn ich finde, das muss eine Symbiose geben zwischen Wein und Essen und natürlich auch dem Menschen, der ihn hergestellt hat und vor allem der ihn dann auch später trinken, nicht konsumieren, sondern trinken darf.